Und Rebound, ich betone das, Herr Günther, Schafazic, schön abgelegt auf Harris und der Stopp, der lässt sich so eine Gelegenheit, das so spektakulär zu vollstrecken, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht gehen. Das war ein schöner Pass übrigens von Schafazic, der ein bisschen Glück hat, dass er da nicht das Offensiv-Faul kassiert, dass Kola da annehmen wollte. Harris mit dem Block, Harris mit dem Block gegen Luis Schola.